rück zur markierten auch abgeschlossen Der hat mich angesnipet. Auto? Zwei Autos. Bei uns ist einer close. Könnt ihr mir grad Deckung geben? Ja. Oder warte. Okay, die sind da. Doch, die sind immer noch. LOL! Ich wurde gesnipert. Ich weiß sogar woher. Ja, aus dem Fenster raus. Nee, nee. Da oben. Von da oben. Ja, klar, von da hinten. Durch dein Fenster. Die sind hier. Alter! Hä, LOL! Runter, 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 runter. Ich stell dich nicht so an. Hier geht's gut. Unten ist einer drin. Ja. Bei uns. Ja, da ist einer. Den habe ich mit der Mine. Jo. Feindlicher Cluster Schlag auf uns. Jo. Haben wir erstmal noch meine Mine runtergeschmissen? Hä? Nice. Ich wollte wieder... Von wo wurde ich denn jetzt getroffen? Okay. Aber du gehst ja grad hoch der Cluster gegen meine Mine. Und du hast den Cluster. Okay. Aufpassen, ob sich was rührt. Sowohl als auch. Hast du zufällig noch eine? Ja. Ja. Ich hätte gerne Radar jetzt eigentlich. Ja, auch Radar liegt nämlich da draußen. Ja. Aber ich war... Da, wo das alte Haus war. Die Team oder was? Da liegt, äh, Dings. Drohne. Fünf. Ja, da glaub ich aber nicht rüber. Da umsitzender drauf. Ach so, da kommt einer. Zehn Meter bei der Treppe. Hedgelock hat angezeigt. Jo. Links von uns. Im Haus. Und... Ungefähr hier. Okay. Ist weggegangen. Da ist keiner mehr. Ist jetzt wieder da. Wurde eben nur nicht angezeigt. Leul. Hier links sind übelst viele. Da ist keiner mehr. Ja. Da. Hab ich ja gesagt. Wir kriegen hier echt ein kleines Problem. Achtung, Mine ist explodiert. Da unten sitzt drin. Jo, komm. Hier, ich hab Dings markiert. Ich hab den kurzzeitig markiert. Jo. Ah, fuck. Belebst du ihn wieder? Gut. Jo. Guck, guck. Hab Sheet-Hits gedrückt. Der steht unten in dem Ra... Stand unten in dem Raum drin. Draußen ausm, äh, draußen. Steht immer noch da. Ich bin down. Oh nein. Achtung, ist hochgekommen. Okay, Team ausgelöscht. Kacke. Ja, Achtung. Außerhalb des Fensters wurde geschossen auf mich. Unnötig, dass ich gestorben bin. Unnötig. Kacke. Ich brauch Panzerplatten. Ähm. Ich hatte noch ein paar, glaub ich. Äh, ich hab schon ein paar... ...gemacht. Jungs, spielt halt safe. Spiel halt schön safe. Okay, ich seh absolut keine Gegner mehr im Radar. Doch, da sind jetzt wir die. Zwei. Hä? Da sind drei drinnen jetzt. Drei? Hier. Ja, jetzt sind auch drei angezeigt. Jetzt nur noch zwei, weil die haben da grad einen an der Kiste ermordet. Aber die müssen da rauskommen, oder? Die müssen da raus. Nein, müssen sie nicht. Aus dem Haus müssen die raus. Die stehen nicht mehr in der Zone drin. Oder? Warte, ich guck. Doch, die sind drei. Nur noch halb. Die stehen halb in der Zone drin. Guckst du Treppeneingang? Ja, ich guck mit. Ja. Openfield, das wird echt unsere Brücke. Jo, sag ich doch. Dann weiß ich gleich, wo ich hingehe. Ja. Stehen zwei Punkte auf der Brücke drauf. Und die im Haus kriegen Stress. Jo. Hab ihn. Auf der Brücke hat einer gewonnen. Achtung. Einer ist genau richtig da. Der ist auch mit Herzschlag. Oh, da im Haus sind Footsteps. Dann hab ich ein Schild hier dran gedrückt. Aber jetzt hat er sich verpisst. Wir müssen gleich. Denk dran, passt auf. Vorsichtig. Auto kommt, Auto kommt. Wir müssen, wir müssen, wir müssen. Ah, fuck. Ihr müsst, ihr müsst, ihr müsst, ihr müsst. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Langsam, 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 langsam. Hier rechts waren welche. Ja. Ich erwapsel kein Schild mehr. Ähm. Zehn sind noch übrig. Nicht nachlassen. Ich hoffe, man sieht mich so nicht. Ihr habt sogar Vorteil noch. Inwiefern ist das hier ein Vorteil? Ihr habt statistisch einen Vorteil. Pro Team, die nicht mehr viel... Ja, genau. Pro, äh, Anspielanzahl habt ihr einen Vorteil. Aber Pro ist Nachteil. Ja, in Zone ist Nachteil. Aber spielermäßig seid ihr einen Vorteil. Ja, und ich hab kein Schild. Die Laufmassung bestätigt. Dann wünscht der Schlachterschlag näher sich. Okay. Ich, ich hätte meinen noch ein bisschen... Ja, ein bisschen gewahrt. Ah, okay. Die Zone kommt schnell. Ah, da ist einer. Da ist einer. Da ist einer. Hinter dem Pfahl. Oder? Da spinn ich. Nee, da ist keiner. Da steht einer. Oh, irgendwas. Ja, genau da rumgestorben bin ich. Achtung, da sind zwei Spieler. Kacke. Da bei den Steinen ist einer versteckt. Aber der muss jetzt fliehen. Achtung, die Zone. Schön. Das ist sogar der Zweierteam. Nee, war es nicht. Doch, das war einer der Zweierteams. Der war nicht direkt... Der war nicht direkt tot. Ender. Der war nicht direkt tot. Das ist noch ein Zweierteam. Obwohl, dann hat er selbst sie gehabt. Ja, der hat selbst sie gehabt. Ja, der hat selbst sie gehabt. Du bist allein gegen die zwei. Rechts. Links. Schön. Schieß hier nicht. Achtung, du hast keinen... Schön. Du musst Mitte. Du musst... Deine Noten musst du dich wieder beleben jetzt gerade. Sieg. Alter. Ja, das war. Ja, das war. Ja, das war. Ja, das war.